Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge Minecraft 1.13. Ja, ich habe gerade gesehen, wie ein Delfin, ja, ein Bogen gesprungen ist. Das sah cool aus. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. So, ich wollte heute eine Schatztroh suchen. Ich habe sie ja in der ersten oder zweiten Folge gesagt. Und jetzt habe ich mir mal die Koordinaten gesucht und ich weiß nicht, wo das ist. Das ist bei 500. Ich würde uns mal eine Schaufel machen, bevor wir damit beginnen. Weil das wäre dann ja besser. Ich mache mir demnächst eine Truhe. Warum habe ich meinen Schildkrötenpanzer nicht? So, dann platzieren wir mal die Truhe. Und ja, letzte Folge bin ich ja zweimal gestorben. Erkennt man noch am Titel. So, das brauchen wir nicht. Das, das, Eisen brauchen wir nicht. Praktus, das, das. Irgendwie alles rein, das finde ich. Wieder so, 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 so und so. Ja, jetzt haben wir mal ein bisschen mehr Platz. Da müssen wir zu minus 56. Ups. Heute wird es das mal wollen, Schatz. So, voll. Weil in einer Schatztroh sind auch Sachen, die wir jetzt eigentlich im Moment gebrauchen könnten. So. So. Minus 53. Sollte. Nein, 56 meine ich. Sollte hier. Hier sollte die Schatztroh sein. So, dann kramen wir uns mal runter. Und dann, ja. So. Hoffentlich sind da coole Sachen drin. Weil wir brauchen im Moment, warum ist da Erde, ist da und Schatztroh? So. Nein, ich glaube nicht. Ja. Das ist so komisch. Egal. Aufgeguckt. Ähm. So. Wenn das nicht hier ist, dann gucken wir hier in eine Lok. Ne, hier ist es nicht, weil eine Schatztroh geht nicht einmal zu tief. So, dann nehme ich mir Brot und ein bisschen Erde. So, dann esse ich mal ein bisschen Brot. Guck mal oben in der Ecke, wie ich das esse. Oh, Leute. Das sieht lustig aus. So, 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 so. Wo ist das auch? Hm. Das ist nicht der, der richtig übel. Hier ist 56. Oh. Wir sind am falschen Ort. 56, 20. Ups. Ey. Okay. Ähm. Wo ist das? 56. 20. Hier sollte das sein. Ja. Oh. Okay. Wir haben sie. Cool. O. 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 H. N. D. A. T. N. T. Gut. Eisen. Nachtsicht oder Wasseratmung. Ja. Wasseratmung. Äh. Schallplatten. Warten. Und. Aber, äh. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder so. Aber in Minecraft.be kann man keine Schallplatten hören. Keine Ahnung wieso. Hm. Die Tore nehmen wir mal auch mit. Können wir unsere andere Tore schallgrößern. Und ja. Diese Folge wird wohl nicht so langweil. Wir haben jetzt das eigentlich das Wichtigste getan. Ja. Also. Ja. Wir haben jetzt auch ein Bett und alles. Ja. Es läuft gerade alles gut. Wir sind gerade am hinten. So am Anfang. Bis Minecraft spielt. Ja. Jojo. Dann nehme ich hier Holz. Pack's da hin. Hier nochmal eine Kiste. So. Oh. Wir können eigentlich die Postplatte anziehen. Dann sterben wir nicht so oft wie in der letzten Folge. Hahaha. Noll. Wir hatten schon die Schaufel. Egal. Dann packen wir wieder das Unwichtigste weg. Und ja. Das brauchen wir gerade nicht. Schallplatten. Eisen. Gold. Ja. Und Wasseratmung. Erwärmung. Komplett. Wie das ausgesprochen wird. Hier hinten. Warte. Ich zeig's mal. Da sieht man schon. Guck. Dann können wir schneller schwimmen. Wir haben Unterwasseratmung. Aber das hab ich mir jetzt mal gecheatet. Damit wir besser Unterwasser erkunften können. Und ja. Besser arbeiten können. So. Das ist hier mein Conduit. Cool oder? Ähm. Hier sind Fische. Ja. Soll ich ein Aquarium bauen? In dieser. Bald kommt auch die 1.14 raus. Also dauert noch bis 2019. Ich sag mal so. Ja. Wie jetzt die 1.13 bekommen ist. Wird das auch bestimmt kommen. Weil. Ja. Weiß man ja nicht. So. Dann spiel ich das natürlich. So. Dann nehmen wir den Sättling. Sättling da hin. Das ist da hin. Das ist da hin. Das ist da hin. Das ist da hin. Cobblestone. Akazienholz. Birkenholz. Holzbretter. Jo. XP Flaschen brauchen wir nicht. Jo. Essen brauchen wir hier. So. Ich pack das jetzt mal drüber. Ja. Die Eimer brauchen wir nicht so. Vielleicht die Eimer brauchen wir nicht. Falls wir. Ja. Von irgendwo. Äh. Ganz weit oben fallen sollten. So. Ich würde hier mal jetzt gerne diesen Kakkus anfallen. Hallo Schweinchen. Hallo Schweinchen. Wie geht's dir? Bist du der von Minecraft Zitrone? Von der Folge wo wir Göklang kennengelernt haben? Ich glaube schon. Ups. Wo war das? Schweinchen. Ja. Ich wollte hier so einen kleinen Teuch machen. Und so hier. Ja. Boah. Was tolles bauen. Das hat doch letztes Jahr jetzt. Ja. Hier würde ich auch was kleines bauen. Ne? Wir können schon mal mit uns im Lagerhaus bisschen beginnen. Aber das vielleicht nächste Folge. Oder übernächste. Das war's dann mit der Folge Minecraft 1.13. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ciao. Leute. Ach ja. Ich muss noch ein bisschen. Thumbnail und so machen. Also. Ciao. Ciao.